Willkommen vor Jowasker, oder sagen wir eher hinter Jowasker, wir sind jetzt hier im Hinterhof und hier gibt es zum Beispiel Puppen, jetzt muss ich mal kurz schauen, ja, diese Richtung, da sind wir ja verkehrt herum, man muss die linke Maustaste drücken und für die rechte Hand und so kann man diese Puppen echt einäschen, das sieht mega geil aus, habe ich kurz wegen dem Soundtest vorher noch ausprobiert, wir machen gleich weiter mit dem Rollenspiel, aber ich habe noch etwas anzukünden sozusagen, ich mache ja Mods für Skyrim, aber ich kann das nicht für die Anniversary Edition machen, da muss ich noch checken, also ich werde vielleicht sogar eher die Special Edition Modden weiter, da kann ich mehr Spieler spielen, viele wollen das Anniversary Edition DLC, also ja, die Erweitung gar nicht kaufen, Puppet hat 20 Euro und das ist für viele zu teuer, warum habt ihr euch den Gefährten angeschlossen? Ich glaube, das haben wir schon gehört, okay, jo, wir sind ja eben hier noch ein paar Sachen machen gewesen, müssen vielleicht noch ein bisschen Alchemie machen und sonst gehen wir dann einfach zu der ersten Farm, da gibt es wahrscheinlich auch noch Content, also einen Farming Beruf an neuen und scheinbar gibt es eben neue Zauber, vor allem auch Beschwörungen und einer ist dieser Skelettdiener, den wir hier gerade nicht zeigen können, weil sonst die Leute Angst haben, die meisten haben leider Angst oder die Wachen greifen sogar an, habe ich ausgetestet, jo, und hier reden alle durcheinander, gut, und was ich noch haben will, sind Pets, also man kann irgendwie welche Pets beschwören mit Zauber, aber ich weiss nicht, wo man das herbekommt, dachte in der Akademie, ob dort hier auch nichts gekauft wird, ja, ich möchte einfach, weil ich ja noch ein bisschen Geld habe, noch ein paar Blasenfilze kaufen und danach noch Weizen, so, ist relativ günstig, jetzt müssen wir einfach noch mal Heiltränke herstellen, alles mögliche, machen wir zuerst mal Ausdau wieder herstellen, okay, wir können sogar 3, aber es bringt nichts, okay, entdeckt dauerhafte Magikaschaden, dauerhafte Magikaschaden, bei beiden, okay, Fackel, Böhmchen, Prost und Hiolette Beertung, okay, jo, merke ich mir, dann haben wir Gesundheit verstärken, aber wieder herstellen, aber wieder herstellen ist natürlich schon wichtiger, damit wir immer uns ein bisschen heilen können, weil es macht natürlich schon, aua, Giftresistenz, wenn auch nicht drin, so, Magikasen, 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 Resistenz nehmen wir auch noch, und sonst haben wir keine Gesundheit dieser Stelle, fehlen halt wirklich einfach die anderen Rohstoffe, außer den blauen Blumen, okay, schade, ähm, ich nehme die Tränke einfach mit, ich habe, glaube ich, noch genug Lager, wenn wir auch noch mal kurz schauen, ähm, ja, wir haben jetzt, ja, weniger, äh, ein bisschen mehr als die Hälfte ist, ja, hallo, willkommen zurück, Wie ist die, äh, was, wie ist die über Torrath Grau, meine? Ach, kommt, lasst es gut sein, er ist tot, was gibt es da noch groß zu sagen? Er tut sich schon ein bisschen verraten. Wenn doch bloß alle endlich darüber hinwegkommen würden, das Leben geht weiter. Okay, die Unschärfe gefällt mir jetzt gar nicht so, ich kann kaum richtiges Rollenspiel machen, ähm, hier rein müssen wir scheinbar noch. Runkner Jägersmann, ist das jetzt wegen der Brotwart-Droni? Hier findet eigentlich jeder etwas. Sagt Bescheid, wenn ihr irgendwelche Fragen habt. Okay, aber hier ist es gerade kein Fall. Okay, dann geht's einfach wieder raus. Ah, dort ist die. Ah, okay. Klinger und Schatten, Stille und Tod, das sind meine Künste. Gegen eine geringe Gebühr erschaffe ich wunderbare Kunstwerke für euch. Also wenn die Quest jetzt nichts Böses macht mit dir, könnten wir vielleicht die anhören. Aber wir haben ja jetzt noch nicht so viel Geld. Furcht und Reue sind mir gänzlich unbekannt. Wenn ihr meinen Sold bezahlt, werden wir gemeinsam jeden Feind vernichten. Könnte ja ein bisschen teuer sein noch. Der Tod ist meine Kunst. Und wie alle Künstler suche ich nach einem Förderer. Für eine Handvoll Gold folge ich euch in jede Gefahr. Und wie lange? Okay, seid ihr ein Söldner? Ich bin eine Künstlerin, die auf der Leinwand des Lebens in blutroten Farben malt. Ja, ich kämpfe gegen Bezahlung an eurer Seite. Wozu soll man denn auch Kunst schaffen, wenn sie niemand mehr betrachten kann? Ja, er wollte, dass etwas an der Akademie verzerbert wird. Ja, die Anweisungen habe ich schon geschickt. Ihr müsst das hier nur in einem Stück dorthin bringen. Ja, wir werden. Wir gehen bald wieder dorthin. Ah, ein Säbener, Granatring. Jo, dann... Ja, so eine Diebin wäre nicht schlecht, aber ich hätte eher einen Tank gerne. Vielleicht Sven vom Flusswald. Hallo, mein Freund. Auf der Suche nach Jagdzubehör? Aber der ist wahrscheinlich auch nicht gerade so tanky. Also er ist einfach Nahkämpfer, glaube ich. Und der ist halt ein Barde. Für mich irgendwie ja jetzt nicht gerade so derjenige, den ich wahrscheinlich annehmen würde. Weil der Fahrendi vor mir, irgendwie so ein Dunkelelfe, der ist mir ein bisschen der... Ja. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Ich kann es jetzt gar nicht sagen. Wer kommt denn... Also ich habe ihn gesehen, aber ich habe noch nicht mit ihm geredet. Okay. Wer kommt denn der Name? Trunkener Jägesmann. Ja, diese Frage höre ich des Öfteren. Mein Bruder Anoriad und ich kamen darauf, nachdem wir eines Nachts etwas zu viel Met getrunken hatten. Danach sind wir noch auf eine nächtliche Jagd gegangen. Wir wurden getrennt und in seinem betrunkenen Zustand hat mein Bruder mich für einen Hirsch gehalten. Aua. Er schoss einen Pfeil auf mich, der mir dann im Hinterteil stecken blieb. Nach diesem denkwürdigen Abenteuer hatten wir den richtigen Namen für unseren Laden. Das ist doch nett. Das ist ja doch cool. Einfach noch den Namen würdigen von diesem Attentat fast schon. An wen kann ich mich wegen einer Arbeit wenden? Versucht es bei Hulda, der Wirtin der beflagten Meere. Einfach die Straße hoch, in der Nähe des Markts. Ja, habe ich wie keine Aufdecken. Es wird es auch in Drachenfeste versuchen. Es ist so viel los, dass der Jarl oder sein Vogt Hilfe gebrauchen könnten. Okay. Was habt ihr denn zu verkaufen? Pfeil und Bogen für den mächtigen Jäger. Ja, sehen wir jetzt noch nicht so. Vielleicht später. Aber vielleicht, ja. Ein Imperial Crossbow. Okay, von Gyrodil wahrscheinlich. Der Ermüdung, das ist ziemlich nett. Vorkwurzelbolzen ist wahrscheinlich auch dann wieder in einer anderen Welt sozusagen. Von ein paar Neuerungen, weil wir zehn Jahre aus keinem Fein. Ja, ähm. Ist nicht so meins. Es war mir eine Freude, mit euch geschäfte zu machen. Warte kurz, hat er Bücher gehabt. Pfeil und Bogen für den mächtigen Jäger. Keinen Dietrich. Hallo, Dietrich. Okay, das wäre es eigentlich hier gewesen. Dann gehen wir mal. Jo, es ist momentan, was für Zeit. 4.20pm. Ich weiß nicht, ob ich jetzt schon los möchte in der Nacht. In die Nacht hinein. Aber wir gehen einfach los. Also, ich habe jetzt keinen Bock, jetzt noch kurz dort zu beflagten Meere zu geben. Und nochmals Geld auszugeben. Ich bin halt jetzt einfach momentan einfach verpflichtet, ein bisschen Geld auszugeben. Aber wir müssen es mir zuerst mal auch verdienen. Und ja, wir haben auch genug Tränke wahrscheinlich. Und wir haben ja einen neuen sauberen Frost. Äh, Frost. Äh, Flammen. Äh, Flammen. Äh, Flammenatronach oder so. Genau. Der muss noch hier als Buch. Irgendwo stehen. Von, glaube ich, Faronga. Haben wir das gekauft. Und jetzt machen wir hier nochmals Beschwörung. Schönerung. Favoriten. Hier machen wir Favoriten aus. So. Gut, das heißt da, ja nicht. Dann haben wir hier einfach dann in der linken Hand. Und, so. Also. Ja, es ist die gleiche Hand sozusagen. Also auch gleiches Zauber in der Hand. Einfach dieser Beschwörungszauber. Ja. Könnte kurz wegen einem Mord reden, den ich plane zu machen. Also ich werde zuerst einmal irgendwo ein Portal oder irgendwo ins Ausland. Vielleicht Richtung Morrowind rüber. Irgendwo eine Strasse machen mit einem, ja, kleinen Dorf. Soll jetzt nicht die Lore oder so irgendwie realistisch rüberbringen, dass man wirklich auch Morrowind so aussieht, wie es eigentlich auch aussieht. Wahrscheinlich sehr staubig und dreckig wegen dem Roten Bergausbruch. Also sehr, ja, viel Asche. Sondern ich werde einfach mal irgendwie, ja, ich weiß nicht, wie es geht, aber vor allem ein Portal oder so zu machen, damit es nicht so aussieht. Das würde dort nicht gerade Morrowind sein, sondern mein Gebiet. Und dann werde ich einfach mal ein Dorf machen und den NPCs sehr viel zum Reden geben. Also wirklich sehr viel. Also ich möchte es eigentlich so wie in Morrowind machen, dass man wirklich alles Mögliche den Dorfbewohnern fragen kann. Und vielleicht auch noch ein bisschen Bündnis schließen kann. Jemand lieben kann oder so. Das ist mein Plan. Einfach so eine Art Lebenssimulation machen. Und ja, ich hoffe, ich kann es, weil es ist schon schwer. Genau, wir brauchen einen Stoßzahn eines Mammuts. Ähm, müssten hier in der Prärie irgendwo sein. Ja, ich glaube, das habe ich da vorher gesehen mal. Glaub ich im Lager. Könnte sinken, müsse im Lager sein. Ja, ich frage mich, wo die Gegner sind. Okay, da sind Riesen. Hm, haben nicht die Riesen etwas, hat ein Bauer gesagt. Ein Riese, etwas mit dem Ding zu tun. Ein Mammuts. Auf jeden Fall, Kühe werden geopftet an die Riesen. Okay, eine Krabbe. Wir wurden entdeckt. Ein Mammut von der Krabbe. Probieren wir das mal aus. Wir haben irgendwie nichts beschworen. Aber Mana verloren. Und jetzt? Nochmals. Irgendwie geht es nicht. Haben wir zu wenig Mana? Oder schlägt das fehl? Oder ist der... Okay, gerade sehe ich das jetzt nicht so. Scheiße! Was kommt? Wo bist du denn gespawnt? Ja, greif mal an, aber nicht mich. Okay. Okay, das ist ein Elementar scheinbar. Flammen-Atronach. Ja, easy. Hm. Okay. Haben wir gerade hier irgendwo einen Feind noch? Ich möchte noch den Flammen-Atronach. Kannst du mal kurz mir sagen, wie du heisst? Feu-Atronach. Okay, nicht Flammen-Atronach, sondern Feu-Atronach. Gut. Mana haben wir scheinbar wieder voll. Ähm. Da hat es irgendwie so einen Sack. Okay, der Feu-Atronach ist weg. Er hat nicht so eine große Dauer. Okay. Wie können wir jetzt einen Stoß zahlen? Was im Lager holen? Ich save mal und schaue einfach mal, was die äh, Ding machen. Die Riesen. Wenn wir ihnen nähern. Sind das nicht Bilder? Okay. Ich möchte jetzt nicht unbedingt... Ich möchte jetzt nicht unbedingt... Experte? Nein. Okay. Geh weg, bitte. Ich habe eine Angst. Okay, hier ist auch noch ein Riesenentscheid. Wie? Ich wollte gerade das mit dem Stoß... Mit dem Ding nehmen. Okay. Das sieht uns immer noch. Wir müssen unbedingt Schleichen trainieren. Oder vielleicht ein Zauber. Vielleicht werden wir Illusionist oder so. Verstärkung, wie das heißt. Ein Aspekt nehmen. Okay, hier haben wir noch einen... Gangstumpf. Irgendwie ein... Okay, das sind Malereien. Hm. Wie kommen wir jetzt an einen Stoßzahn? Haben die das in Weißlauf vielleicht irgendwo ausgestellt? Ich habe irgendwie auch etwas gesehen. Hm. Okay, die Riesen haben eine sehr gute Sicht, sozusagen. Ja, was können wir jetzt tun? Also hier sind ein paar Mammuts. Denen kann man das nicht einfach abschneiden, oder so. Okay, da haben wir einen Nierenwurz. Und da haben wir eine Festung. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das schon ein bisschen bunten soll. Wir tun es einfach mal versuchen. Nochmal schnell speichern. Das greift ja niemand an. Einfach mal kurz zu einer Ruine nochmals gehen. Wir haben ja eine gefunden, wo wir von Winterfester zu Windhelm gegangen sind. So, jetzt schauen wir nochmals, wo der ist. Bevor wir angreifen. Ähm. Wird der irgendwie falsch gespawnt? Ich würde doch auf den Boden klicken, dann soll der dort auch erreicht werden. Ah, da ist er. Okay. Die werden irgendwie zu weit weg gespawnt. Ähm. Ich würde ja auf den Boden einen Zaubers setzen. Bist du jetzt? Da unten. Da habe ich gesehen. Bist du? Da bist du. Du bist so weit oben gespawnt. Okay. Okay. Ja. Jetzt natürlich nicht immer so toll. Also. Wird er gerne den Pöyer-Ottor nach bei mir. Okay. Ein Hirsch. Können wir noch ein bisschen etwas haben von dir? Ja, ja. Weißt du das? Okay. Dann wirst du einfach ein bisschen geröstet. Haust du halt ab. Ja. Ist halt auch ein Weibbild jetzt hier. So. Machen wir noch ein bisschen Pöyschen. Eventuell werden wir jetzt hier irgendwann mal angegriffen. Hm. Hallo. Du bist leider bald wieder weg, gell? Ja. Können wir sonst auch einen Mahnetrank trinken? Machen wir noch ein bisschen geröstet. Hier könnte etwas sein. Suchen mal. Ja. Pöyer-Ottor nach nochmal zu holen. Jetzt ist er auch gespawnt hier. Oh. Da haben wir Banditen oder so. Okay. Oh. Pöyer-Ottor nach ist stark. Oh. Okay. Da hinten ist, glaube ich, noch einer gestorben. Pöyer-Ottor nach kommst du mit? Wir gehen jetzt zuerst mal alle Banditen jagen und dann sammeln wir alles ein. Wir haben eine Ruine entdeckt, aber ich weiß jetzt nicht gerade, wie die heißt. Okay. Können wir hier etwas... Okay. Was war das? Wir haben hier wohl einen Helden. Okay. Der Pöyer-Ottor nach ist nicht mitgekommen. Wie ist er denn? Aber wir haben ein Problem. Wir konnten keinen neuen spawnen und der ist nicht mitgekommen. Okay. Eine Magie hin scheinbar. Ich kann es gar nicht selber. Oh, ihr habt Geld zu zählen. Okay, äh. Wir machen leider nicht so viel Schaden mit der Pöyer-Ottor nach. Ja, ich habe nicht genügend Mana. Dann holt ihr Mana. Ich bin nur wieder schneller. Ich werde euch töten. Nein, nein. Du bist nicht. Sehr gut. Also. Ja, ja. Das ist die Magie, die uns Bescheid sagen, wenn wir wenig Mana haben. Ja, nicht gerade so viel machen. Oh. Ich bin aber schon verwundet worden. Ah, zwei Kopftreffer. Habt ihr das gesehen? Ja. Das ist natürlich nicht so gut. Und, ähm. Okay. So, dann machen wir mal. Eigentlich funken. Nein, nein. Super. Aber, ja. Ging. Wir sind halt noch ein bisschen schwach. Aber gut. Äh. Dann möchte ich gerne zusammen ausüsten. So. Also ein bisschen hab ich es schon draus. Weil da ähm. Ja. Die Tasten sozusagen vertauscht sind. Hat man so etwas rumspielen. Ich muss es ja immer nicht mehr sagen, was ich genau meine. Jo. Oh. Hier hat mehrere Ringe. Äh. 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 Also Ohrringe. Hm. Okay. Haben wir hier noch einen? Nein. Also die Leute sind alle aufmerksam geworden. Das Schmieden schwere Rüstungen. Das Schmieden schwere Rüstungen. Von Sven Zweihammer. Okay. Level 4 erreicht. Ich werde das auch jetzt wieder mal lassen. Und noch nicht vorlesen. Und ihr könnt einfach das Video stoppen. Und danach ähm. Kurz lesen. Wenn es. Wenn es. Wenn es euch interessiert. Ja. Ob ich jetzt in einem Mod da Bücher verfasse oder so weiß ich nicht. Vielleicht nehme ich einfach die Bücher. Die Skym schon generiert hat. Ausser wenn jemand mal ein paar Geschichten einsenden. Immer dazu. Draco. Basel. Atme. Dotcom. Einfach Draco. Also mit C. Und nicht Drago. Sonst kommt es nicht an. Das war meine alte E-Mail Adresse. Und zwar das sind. Neun. Oder noch früher. Und deshalb kommt es nicht an. Sondern. Ja. So. Ähm. Das. Die habe ich verloren an einem. Ja. Ein Problem einfach. Räder Kundschafter Helm. Okay. Was ist besonders dran? Einfach Kundschafter. Hm. Nehme jetzt nicht mit. Ring des niederen Rittes. Steigt die Fertigkeitsschwere Rüstung um 12 Punkte. Mhm. Hm. Oh. Diadem der geringen Makiga steigert Makiga um 20. Wir brauchen so items, was unser Manger einfach ein bisschen erhöht. Ja. Und da haben wir leichte Rüstungsschmieden. Mhm. Okay. Ein bisschen verpflegt. Hm. Ja. Interessant. Aha. Ja. Quecksilber. Das hört sich jetzt nicht gerade so gut an. Aber Vulkanglas. Oh. Malachit. Ja. Ja. Malachit. Das kenne ich noch. Ah. Achso. Vulkanglas. Ist das Malachit scheinbar. Jo. Kann ich nur noch mit dem Helm hier drehen. Ich hätte noch etwas anderes nicht genommen. Hm. Gibt es hier einen Dungeon. Also kann man hier irgendwo in einen Verlies gehen. Sollte ja im Rundspiel eher Verlies sagen. Aber es ist halt schwer, weil ich halt auch nicht gerade so der Mensch bin, der jetzt unbedingt das noch nicht erlebt hat. Ich bin einfach der Welt gekommen. Nieren heißt sie glaube ich. Oder der Kontinent heißt Nieren. Ich glaube der Planet heißt Nieren. Und das haben wir glaube ich auch im Aschid Buch da gelesen in Winterfeste. Ähm. Dass wir ja auf einem anderen Planeten sind oder so. Und da habe ich mich einfach so ein bisschen als, ähm, Rufnahen. Einfach ein bisschen, ähm, ja, die Zeit vertrieben. Mehr weiß ich leider nicht mehr. Aber das ist auch eine Sache, die, ja, ich vielleicht noch herausfinden werde. Ich bekomme immer wieder ein bisschen Informationen über mein Leben. Ich glaube es ist nur eine, ja, kurze Amnesie wegen dem Vorfall. Das ist natürlich schon irgendwas, das so einen psychischen und so belastet. Also, einfach auch diese bösen Kaiserlichen eigentlich. Aber die haben das einfach irgendwie missverstanden. Die wollten eigentlich nur diese, ähm, Graubärte, ähm, ja, gefangen nehmen. Und haben uns einfach festhalten mit einem der Graubärten. Ach, Sklaten können wir noch mitnehmen. Die sollten aber nicht immer so viel mitnehmen. Also, ich möchte jetzt auch nicht immer so die Zeit verschwinden. Ich weiß jetzt auch nicht, ich habe, glaube ich, irgendwo noch einen Banditen. Da ist noch ein Bandit. Eine Banditin. Ja, das ist eine Banditin. Okay, die hat noch zwei Gold. Ja, Eisendorch. Genau, nehmen wir noch mit. Und müssen einfach dann schauen, dass wir dann irgendwie anders... Ich möchte gerne noch ein paar Glühwürmchen nehmen. Die haben ja also Fackelkäfchen. Fackelwürmchen. Die haben ja einfach auch Heiltrank. Nehmen mit. So, ja, und wir wollen jetzt ja eigentlich dorthin gehen, wo kein Marmut ist jetzt hier in der Nähe. Ähm, wo, sagen wir schon. Äh, jetzt habe ich gerade den Faden verloren. Ja, gut. Dann sitzt es gar nicht so. Einfach, wir müssen zum Hof gehen, der uns empfohlen wurde. Ich glaube, in der Taverne war es oder so. Genau, ich wollte mal schauen, ob ich irgendwie krank bin. Aber ich bin nicht krank. So, darf man den sich nähern? Die haben mehrere. Okay. Ja, dann gehen wir wieder weg. Ja. Denen kümmert sich das nicht. So, auf diese Festung da drüben, das wage ich mir noch nicht. Okay. Ja. Also Feuerhardt danach wird uns schon viel weiterhelfen, denke ich. Aber es muss auch wirklich auch funktionieren. Denen glaube ich noch ein kleiner Noob. Also, da müsste ich noch ein bisschen, ja, lernen. Naja, Noobis sagt man immer am Anfang. Auch wenn man es nicht so selber versteht. Ist das eine Ziege? Nein, das ist auch ein Hirsch. Okay. Ach, das wäre eine Ziege, weil sie heller war. Okay. Jetzt ist morgen, denke ich. Nein, es ist abends. Okay. Ich möchte gerne, ja, ein bisschen Feld ein. Wir müssen ja immer noch in die Richtung. Ich kann ja nochmals der Map nachschauen. Okay, die haben wir entdeckt. Wir müssen eigentlich in die Richtung. Aber hier ist ein markierter Ort. Habe ich das jetzt vorher markiert? Ich möchte das markieren. Oder war das schon drinnen in der Map, als wir sie bekommen haben? So. Doppelzauber. Gut. Jo. Also, haben wir hier irgendwo Gegner? Ich wollte eigentlich links klicken. Hm. Okay, genau hier nicht, aber im Nierenwurz. Sehr schön. Haben wir denn irgendwie Schlammkramen hier? Das war einfach der Feuertra nach ein bisschen unnötig, weil ich mich missklickt habe. Okay, aber ja, nicht in die Richtung. Na, jetzt sehe ich wirklich nichts. Jetzt ist es ein bisschen unheimlich, aber einfach wenig los. Hm. Ich habe irgendwie auch nicht mehr so Angst. Also, ich fühle mich einfach bestätigt, dass ich jetzt mal mager was probieren kann. Und, jo. Ich freue mich einfach riesig über mein Abenteuer. Ich werde Abenteuer. Ich werde das Keim auch retten. und dem König von Cyrodiil werde ich sehr gut unterstützen. Ja, und vielleicht verschlägt es mich ja dann in ein anderes Land. Ich würde gerne irgendwo in ein anderes Land reisen können. Wenn ihr Empfehlungen habt, könnt ihr das gerne per Brief. Ja, sagen wir als Brief. Oder einfach als Notiz bei meinem, jo, Abenteuer in die Kommentare oder so schicken, äh, schreiben. Genau. Okay, nur ein Wolf ist gerade ein bisschen, ja, vorsichtiger. Hm, nochmals, und jetzt sind die hier häufiger. Ich habe einen Krabburger gefunden. Wo ist denn der Gegner? Müsst ihr ein bisschen weiter weg sein. Ist irgendwo eine Kröbe her? Kröbchen. Kröbchen. Da bist du Kräbby. Ich habe Kräbby gefunden. Mit Kingler. Ja, Baby. Seht ihr das? Oh, voll mega schöne Zeitlupe. Ui, ich freue mich. So, hier haben wir eine Hütte. Hm. Hm. Sollen wir dort schon mal hingehen. Eine Hütte, die ist ein bisschen weiter weg scheinbar. Hm. Mich interessieren irgendwie Hütten. So einfach einsame Hütten habe ich irgendwie gerne. Ich möchte mal zur Hütte auch noch. Okay. Sehen wir gerade irgendwas. Es regnet leider. Ich habe kalt und, ja, ist jetzt auch nicht gerade so sichtweisend und alles. Jo, ich weiß jetzt gerade noch nicht. Das ist so richtig, ähm, ja, was soll man sagen? So, ein bisschen äh, äh, ängstigend irgendwo durchzulaufen und dann plötzlich angegriffen zu werden. Ich schaue mich einfach ein bisschen mehr um. Sorry. Aber es ist schon ein bisschen äh, äh, beängstigend. So, Regen. Wenn wir einfach noch nicht so gewöhnt sind an die Natur. Grelas Hütte. Wollen wir mal rein? Machen wir mal eine schöne Gedankenskopierung. Wir meditieren kurz. Ja. Hm. Okay, dann können wir hier ja sicher auch mal noch etwas mitnehmen aus dem Garten und dann verkaufen auf dem Bahnhof sicher. Sonst einfach in Weisslauf können wir auch gut verkaufen. Jo. Ich weiss jetzt auch nicht, was ich dann am besten noch verkaufen soll. Einfach geschmied, also verzauberte Waffen und so. Rüstungen. Keine Ahnung. Okay, da haben wir nochmals blaue Bergblumen. Grelas Hütte. So, bevor wir mit Grelas reden, ich muss ja noch Rebel abmachen. Dann schauen wir mal uns noch zuerst kurz um. Ist ein Alchemist. Ihr hättet nie herkommen sollen. Wir können so ein bisschen schwer. Ist jetzt sicher weg. Diesbalasing. 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 Ja gut, dann... Da haben wir einfach ein paar Sachen. Aber wieso greift er uns an? Wieso greift er mich an? Ich möchte mal kurz... ihn einfach anreden. Wieso bist du böse? Wieso bist du böse? Wieso bist du böse? Ich bin beschwert. Ist jetzt sicher weg. Ist jetzt sicher auch unbalanciert. Ich habe fertig meditiert. Ist er so geträumt? Nein, das möchte ich niemals träumen. Ich bin ein bisschen enttäuscht. Und ich habe das Level Up auch noch nicht gemacht. Bin ich schusserlegt. Also der greift uns an. Scheinbar... Da haben wir einfach eine Vorahnung bekommen. Ja. Gut, dann nehmen wir hier natürlich... Ich glaube, wir müssen sofort rauf auf Leerling. Wir haben 25 erreicht. Sehr gut. Ja, jetzt sind wir schon... Ziemlich guter Beschwer. Also, so wie es aussieht, haben wir ein Viertel geschafft. Vom Weg. Ich bin ein bisschen froh drüber. Aber... Feuertra Nacht sofort tot gewesen. Ich sofort tot gewesen. Ja, das war jetzt nicht unbedingt so ein guter Traum. Schade. Aber gut, träumen wir das vor mit den Meditationen. Das müssen wir halt einfach machen. Gut haben wir das gelernt. Es war irgendwie einer von Akabiri oder wie das heißt. Wer das gelernt hat vor dem Angriff. Mit den Sturmmänteln. Und also die Keislingen haben uns angegriffen. Und ja, ich wollte jetzt nicht unbedingt... So Sachen sind einfach existent. Hm. Gut. Ähm... Ich möchte gerne... Das ist ein Drachengrab da oben. Das hat auf jeden Fall auch ein Drachensymbol. Ich glaube, das Ödsturz-Hügel-Grab ist auch ein Drachensymbol. Oder nicht? Nein, das ist etwas anderes, okay. Aber irgendwo habe ich noch ein Drachensymbol gesehen. Da müssen wir noch hin. Okay, die Map ist eigentlich ziemlich gut. Ich glaube, als wir hier waren, haben wir irgendwo vielleicht hier oder so ein Drachensymbol gesehen. Aber ich habe eins gesehen. Habe ich gedacht. Auf jeden Fall hat der, äh, Farangier... Ähm... Wir haben jetzt aber auch da nicht so im Kopf. Farangier oder Farangier gesagt, dass es überall Drachen Städte gibt. Aber ich traue mich leider noch nicht dorthin. Also es ist... Also wenn jetzt hier ein Drache ist, dann sind wir einfach sofort tot auch. Müssten wir wieder meditieren zuerst, um den Weg zu finden. Ja, aber zum Glück habe ich das gelernt. Ich bin jetzt echt froh darüber. Sonst... Ja... Spielen wir ja noch Gotik. Hm... Das ist jetzt nicht so gut, weil in Gotik dann starben muss man natürlich ständig meditieren. Man muss in eine Traumwelt geraten. Alles ein bisschen simuliert wird. Und ja... Und ja... Das ist happy. Aber so etwas ist auch... Ja... Ich bin nicht spannend. Nur eben... Man möchte jetzt auch nicht immer sterben. Ja... Vielleicht kann ich ja so etwas mal dann... Besser... Umsetzen. Jetzt momentan sind wir einfach halt zweimal gestorben. Hm... Ich fühle mich jetzt gerade auch nicht so richtig konzentriert. Ich habe jetzt leider wieder ein bisschen... Ähm... Namens... Probleme. Namen wieder herzuholen aus dem Gedächtnis. Wahrscheinlich einfach wegen meiner Unkonzentriertheit. Ich fühle mich halt auch ein bisschen... Ähm... Ja... Sehr angesprochen. Beim... Das ist ein Wasserfall dorthin. Ein bisschen sehr... Ich habe irgendwie Lust, das noch mal kurz anzusehen. Wir haben ja noch genügend... Ja... Zeit jetzt... Ähm... Ich meine eben... Ja... Muss jetzt nicht alles vor... Schnell... Ähm... Durchgemacht werden. So lange jetzt die Drachen noch nicht aktiv angreifen. Ist das ein Gegner? Ne? Frostatronach vielleicht? Hm... Ja... Tun wir nochmals kurz meditieren. Was ist denn das hier? Einfach eine Wurzel. Wenn irgendwas im Hintergrund zu sehen ist, was mich interessiert, dann gehe ich auch immer dorthin. Ich weiß es nicht, vielleicht... Ist noch weiter hoch jetzt gegangen. Was interessiert mich jetzt? Was sind mehrere jetzt? Okay... Ist das ein Geist? Ja... Wir sind jetzt momentan in der Meditationsphase. Wir versuchen es einfach mal. Ich glaube Feuer ist gegen Eis sehr effektiv. Von Pokémon. Ah, okay. Ein versklavter Geist. Ja, tut mir leid. Das will ich nicht. Ja, tut mir leid. Aber... Du greifst mich ja an. Also scheinbar hat er keine Kontrolle über den Körper. Hm... Ja, wir müssen jetzt mal ein bisschen schneller nach oben, damit der Frostat... Äh... Komm hoch. Rief mir noch. Feuertor nach ist das Vieh stärker als wir, aber halt auch nicht gerade so zäh. Da müssen wir noch schauen. Schöner Apfel. Besieg den bitte, bevor du... Das tut mir leid. Wir haben einfach noch nicht guten Zerstörungszauber. Oh je. Okay, aber... Oh Gott. Man schleudert die wie Fußbäler einfach so durch die Gegend und dann machen sie Schaden. Knochen sind nicht immer so nett zu einem. Da fällt mir ein, wir haben wahrscheinlich bei der alten Ruine, also nicht diese, sondern die vorherige, wahrscheinlich noch etwas vergessen. Ähm... Weil ich dort glaube ich noch einen Eingang gesehen habe oder so. Und dann können wir dann mal die Rückkreise noch machen. Jo. Dann haben wir Kartoffeln drin. Und Kohl. Kartoffeln und Kohl könnte ich eigentlich mitnehmen und verkaufen. So wie viel haben wir jetzt? Äh... 135. Okay. Ja, also hier könnte man rein, scheinbar. Ich mache das leider noch nicht wegen, ja, dem Level. Okay. Ich habe noch ein bisschen Angst, deshalb nutze ich noch mal einen. So. Kommt sicher noch einer. Okay. Was ist denn hier? Okay. Komm mal hoch. Äh, danach, genau. Okay. Okay. Ein Großeskelett. Der Schaden macht. Okay. Äh, ja. Oh. Aua, Mann. Immer diese gefräßigen Hunde. Wo habe ich denn... Wo ist die Anzahl denn zu sehen? Wo ist die Anzahl denn zu sehen? Da haben wir fünf. Okay. Einen Bohne-Wolf. So, und... Werden wir noch was angegriffen? Okay. Sehr gut. Dann können wir aufhören zu schleichen. Oh, gut. Also. Heilen. Ähm. Uiuiui. Haben wir irgendwo noch einen Gegner, ne? Wiederherstellung haben wir auch noch ein bisschen. Ja, gut. Eine Merkelin. Sehr schön. Gut. Das hat sich schon ziemlich ähm... Oh. Stab des Haten-Moods. Das Ziel wird für 60 Sekunden nicht fliehen und er hält einen kleinen Bonus auf Gesundheit und der ist da... Ah, okay. Das macht... Wir haben noch ein bisschen mutiger Haten-Mood. Also das wollte ich ähm... Sagen. Es war einfach gefährlich. Also die Gegner haben Sinn sich, ja. Hm. Ich bin noch ein bisschen schwach in der Defensive. Ich möchte nicht so viel Schmerzen aushalten müssen. Gut, habe ich eben einen selber. Und ja, ich habe eben noch ein paar Tasten-Probleme. Hm. Ja, im Rundspiel-typischen Ding einfach, ja. Meine Hände sind ein bisschen verknotet. Machen manchmal ein bisschen löde Sachen. So, leider ist hier scheinbar ja nicht viel. Ich sehe jetzt gerade nicht, wo es weitergeht. Die Ruine ist fertig. Aber hier oben ist ein Berg aus einer Höhle. Südlicher Frostfelspass. Okay. Ich habe Spass noch gelesen zuerst. Hm. Also Spass habe ich weniger. Aber es ist auch gefährlich. Also da muss man auch schauen, dass man überlebt und alles. Sonst werde ich einfach wieder zurückgesetzt in die vorherige Meditation. Das ist jetzt auch nicht gerade so toll. Ja. Und ich habe auch noch geträumt von einem Bruce Lee. Vielleicht bin ich das auch noch irgendwo? Das Liebe tönt irgendwie so lustig irgendwie. Hm. Keine Ahnung. Was jetzt eine andere Geschichte war. Auf jeden Fall. Habe ich da ganz viele Personen gesehen? Wirklich. Ganz viele Personen. Hm. Was könnte das gewesen sein? Keine Ahnung. Also jetzt machen wir uns auf den Weg zu diesem Dorf. Ja. Also hier ist einfach noch ein anderer. Oh. 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 Du ja. Oh. Ohnten. müssen wir irgendwie aus dem weg gehen, also wir haben leider zu nahe dran meditiert ok liebe spiel also ist jetzt nicht gerade so gutes balancing und die uns so schnell entdecken auch noch viel zu schwer in unserem lowen level ja das sind natürlich wieder deine faule entwickler mist was sollen wir jetzt tun ich mag es einfach nicht wenn das balancing zerstört wird durch faulheit ja das habe ich jetzt einfach neben dem rumspiel natürlich noch gesagt weil ja ich sah ihn ja kaum also ich habe nur gesehen dass er schon angegriffen hat schon den roten punkt dann war es halt ein säbelzahntiger die sind einfach noch zu schwer tut man auch für den unterbruch im rollenspiel aber das muss ich einfach sagen das stört mich ein bisschen als kein leveling system das nicht gerade so exakt ist das monster auch auftreten können auf level 40 oder so und dann greift man die an und stirbt dann sofort oder so ist jetzt nicht so toll aber gut kann ich gut meditieren und jetzt mache ich auch noch mal so ein save damit ich nicht dort immer spawne ja meditation gut weiter mit dem rollenspiel jetzt müssen wir leider wieder über den fluss und mist ich habe nicht gerade so okay die resistenz ein wolf okay die sind low level das ist kein problem die sind ganz schwach so viel sollte man uns auch nicht an sie ja nicht angreifen lassen haben sie einfach einmal gebissen aber ich glaube die haben auch immer wieder krankheiten bei sich ok nochmals ein lager der riesen scheinbar so hm wenn ihr noch ein paar verbesserungsvorschläge habt zu diesem rollenspiel es ist ja das game das uns noch ein bisschen informationen geben die nicht so rollenspiel typisch sind könnt ihr das gerne senden dann ihr auch mal einfach erkunden wenn es euch spaß macht dass wenn ihr ein bisschen mehr zeit mir schenken könntet wir ja auch das spiel auch nicht würde so mega langsam durchspielen wegen dem rollenspiel aber auch nicht gerade so schnell ähm ja ich muss das bronzing noch ein bisschen binden gut jetzt sind wir in der nähe der farm scheinbar sehr gut ähm ja der regen hört einfach nicht auf dort oben beim baum noch etwas sieht mir ein bisschen einzigartig aus ja so da haben wir einen dorf scheinbar also ich höre jetzt ein bisschen auf die kammer die den kompass ein bisschen zu spüren für charakter hm da haben wir auch noch irgendwas leuchtendes da ist scheinbar noch ein haus und ein wolf glaube ich greife nochmals die wölfe an ok das ist etwas anderes als ein wolf ich finde das gemein sah aus wie ein wolf aber es sind auch wieder irgendwelche dlc gegner von dragonborn nein von earthfight nein äh demon irgendwas vampire dlc ich finde das gemein gut wir müssen uns ein bisschen ja so verhalten dass wir einfach uns ein bisschen besser schützen ok gut wir haben ein bisschen nicht gespeichert ja ich werde jetzt mal kurz schnell drüber sonst friere ich noch wachwarsch ok also was brauchen wir jetzt einfach ein bisschen mehr sicherheit ok das ist irgendwie ein gegner klein krabby unter wasser war da oder so könnten fisch gewesen sein gut im grünen gefahren wir das ja noch gesehen hm wie könnte ich das am besten machen weil ich er hat auf dem kompass oben alles kann man irgendwie den kompass entfernen gibt es vielleicht ein mod dafür oder so was ist denn das innenwabe innenstock ok ok nice haben wir noch tundra baumwolle ok ein piz ok sind wir jetzt in der nähe hm jetzt gerade nichts nichts zu sehen ok ok also jetzt muss ich leider ein bisschen schleichen sonst ja gut haben wir diese meditation aber möchte natürlich schon ein bisschen safer auch sein vielleicht auch noch ein bisschen buffen und so weiter wir müssen einfach buffs lernen ok 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 da haben wir eine mühle ist das dieser Bauernhof hm hier waren wir ungefähr ich glaube da drüben waren wir vorher der Traumwelt ok hm hm keine ahnung ob ich mich ein bisschen beobachtet ja hm hm ok da haben wir noch etwas ach wunderbar wohl wie das ok ok schleichen uns ein bisschen an und jetzt schon mal ein feuerter nach beschwören so ich muss jetzt einfach ein bisschen auf safe spielen ok ok äh ja einfach start äh c ok was hast du gemacht eigentlich ok ja wo ist der nächste hm da oben nein scheinbar ist da jemand gestorben und er hat keine Ruhe gefunden ok hier ist Heu hier liegt Stroh herum hm nein das ist Heu eine Holzfäderachst haben wir schon eine ich würde gerne ein bisschen Holz sammeln ähm ähm goldhügelplantage einen goldenen Hügel hm wissen ist es schon goldig ok dann ist es hoffentlich safe ein fluchtbar an Boden hm so ok ja wir sind safe hm was haben wir denn hier drin da war ein Tisch hm gehen wir mal rein ja ja der war recht zäh ich hatte schon ein bisschen Angst dass er mir mehr Schaden macht als wir ihm der Feuertranach hat sich irgendwie ein bisschen verfangen ok da der Geist wahrscheinlich diese Sachen nicht mehr braucht jetzt einfach mal ein bisschen ja mal Sachen sammeln und hinlegen die wir nicht mehr brauchen wurde denn uns irgendwas gesagt dass hier jemand lebt oder ja irgendwie wurde er das gesagt ähm da jemand finden würden und der ist jetzt scheinbar gestorben sehr offensichtlich war das der Bauer hat sich sogar ein bisschen in eine körperliche Reform verwandelt zum Schluss war gar nicht mehr so spektral sondern wie ein Mensch eigentlich und ja so so Geografie der Königin Ferencia Band 2 ok das lesen wir noch nicht Tagebuch von Urwal oh natürlich lesen wir sind ja immer jemand der sich vorbildlich behält äh 14 der erste Saat heute ist der erste Tag unseres neuen Lebens ich habe ein großes Stück Land mit einem heruntergekommenen Bauernhof aus kurz vor Rorikstadt zu einem Sportpreis gekauft niemand sonst wollte es haben weil es dort zu felsig sein soll zu viel große Felsbrocke äh zu viele große Felsbrocken hieß es aber Junquil und ich haben ein breites Kreuz und einen starken Wind wir werden diese Sterne schon fortschaffen und den fruchtbaren Boden in eine Plantage von denen man von nur träumen kann das wird der bestmöglichste Ort äh um Rinn großzuziehen 21 der zweite Saat langer Tag meine Hand tut so weh dass ich kaum schreiben kann das Bauernhaus das Bauernhaus ist repariert und die ersten Pflanzen sind bereits bereits im Boden fühlt sich gut an wir haben es geschafft Junquil hat mich heute Nacht geküsst wie damals als wir frisch vermählt waren ich bin in ihren Augen verzunken erste Sonnenhöhe wir haben heute unser erstes Ersatz eingefahren Er Ernte eingefahren ok die Schrift ist sehr schwer zu lesen es war nicht viel aber ein Anfang als ich heute auf den Felden die ersten Sonnenstrahlen um am Horizont sah wusste ich wie ich diesen Ort nennen würde Goldhügel Plantage nach Akathos vorreichem Licht schon bald wird dieser Ort eine Erbe sein das unser Sohn würdig ist unser Sohnes würdig ist es dauert nicht mehr lang ich weiß es 23. Eisherst mein Herz ist betriebt Rinn wächst schnell zu einem strammenden jungen Knaben heran doch er verbringt ihm in meinen Augen zu viel Zeit mit diesem Holzschwert und träumt davon irgendwann einmal loszuziehen und sich der Armee anschließen aber meine liebe Frau Jean Gwil sie beunruhigt mich noch mehr manchmal bleibt sie für mehrere Stunden einfach verschwunden und taucht dann auf einmal wieder auf als wäre sie nie fortgegangen fort gewesen ich sehe sie oft mit einem Korb voll seltsamer dunklen Blumen aber sie will mir nicht sagen was das für Blumen sind oder woher sie stammen und letzten Winter als Rinn Fieber bekam zog Jean Gwil auf einmal von ihm wo eine kleine schwarze Flasche hervor und röste ihm wer weiß was daraus ein kurz drauf war das Fieber fort Jean Gwil wollte mir nicht sagen was in der Flasche war oder woher sie es hatte natürlich war ich überglücklich dass sie unseren Jungen gerettet hat der aber Mara bewahre mich als ich habe Angst dass meine Frau ein Deirdre Anbetrin ist oder eine Hexe oje 16. Jahresmitte Rinn ist seit drei Tagen verschwunden mein kleiner Junge ich habe überall nach ihm gesucht keine Spur sogar sein Spielzeugschwert war fort was wenn Wölfe ihn geschnappt haben oder Banditen Jean Gwil beobachtet mich ihr Blick gefällt mir nicht und sie hat kein bisschen geweint welche Mutter weint nicht wenn ihr Kind auf einmal verschwindet was wenn ich wage es nicht den Gedanken zu Papier bringen es ist undenkbar ich hatte es gefunden ähm ich habe das Geheimnis von Jean Gwil gefunden das ist der Ort zu dem sie sich zurückgezogen hat die Tränke, die Pflanzen, die Bücher hier unten sind so viele bösartige und unnatürliche Dinge bei den Göttern meine Frau ist eine Hexe ich wollte ihr verdorbenen Bücher nicht öffnen aber ich wusste es musste es wissen ich musste tödlicher Nachtschatten so heißt die Pflanze mit dem sie herumschleichen mit der ich sie herumschleichen sah sie züchtet sie überall in diesem Steck so muss mein Sohn vergiftet sie muss meinen Sohn vergiftet haben ich habe das Lächeln in ihrem Gesicht gesehen das Lachen in ihren Augen als ich die ganzen Herausforderungen auseinander genommen habe um ihn zu finden Ahofen auseinander boah die Schrift kann man fast nicht lehnen genommen habe um ihn zu finden sie hat mich verspottet die Schrift ist ein bisschen zu gross zu schräg zu zusammengehängt ich kann das kaum lesen ich habe noch nie solche Wut gespürt ich zittere am ganzen Leib ich schwitze ich weiß genau was ich tun muss der Geist meines Sohnes flüstert mir zu fördert vor der Drache bei der Tür ist eine Axt falls weder Tiere eindringen nun wird sie mit einer Hexe Vorlieb nehmen okay er hat wahrscheinlich die Hexe sogar töten können oder ist dann gestorben weil die Hexe stärker war ich glaube eher das ja gut aber die Hexe ist auch relativ fort gut gut dann machen wir doch mal wieder eine ja Schlafenspause oder so Meditationspause weil ich bin jetzt einfach ja sehr lange wach gewesen in der Nacht muss auch mal ein bisschen ausruhen jo wir werden uns einfach dann wiedersehen was wieder los geht nächsten Tag oder so tschüss